So, und weiter geht mit Xenoblade Chronicles auf dem Weg nach Fonset in Raxheimerdorf. Ich denke mal, wenn wir hier den Tunnel durchquert haben, werden wir auch schon da sein. Wir befinden uns mitten im Wolkenmeer. Sieht aus wie so ein Aquarium hier. So. Oh, das sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Oh, da ist schon noch ein großer Boss. Ich speichere mal. Und haben jetzt schon 44 Stunden auf der Uhr. Wahnsinn. Kapitel 5 erst. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel es gibt, aber... Wenn ich so die... äh, teilweise gehen wir uns eben mit Level 80, 90 oder so. Wir sind jetzt Level 39 oder so. Also ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns. Wenn wir den mal killen hier. Ich bin sieh. Das ist nicht. Ich bin sieh. Ich glaube, das braucht hier eine Leidung! Das ist ein Leidung! Das ist ein Leidung! Ich bin der Leidung! Das ist ein Leidung! Was würde ich jetzt nicht mehr tun? Go for it! Geekolize! Cosmos, moving out! Warum nicht? Just gebt mir die Orca! Ich bin der Leidung! Fläge, 3d stage! Awesome! Stay still! I'm losatt! Just the page! Double spinning! Lot 9! Low! Hold on! Break! Gеро� South! Stift! Reakt! Double spinning! Schnelles, 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 Schnelles! Oh! So sind wir in dem Titan Reflex-Turm. Was haben wir hier? Ich wollte jetzt noch schauen... Das war heute, aber ich musste es machen hier mit den Söldneraufträgen. So was lasse ich nebenbei durchlaufen. Jetzt machen wir mal gleich die Gesangsstunde 2, wenn es geht. Auch in Magentum. Eins und... Hä? Das hatte ich doch schon gemacht. Ja, ist jetzt das abgeschlossen oder nicht? Ja, aus dem Stimmelstempel 1. Was haben wir doch schon? Den haben wir doch schon. Gibt es hier noch was? Gibt es hier noch was? Ich denke, ich werde sofort inlaufen. Entschuldigung. Ich denke, ich werde sofort inlaufen. Ich werde es sichern. Oh, große Verantwortung. Aber ich werde es machen. Stilkunde könnten wir machen. Boah. Was brauchen wir denn da alles? Ursula auf jeden Fall. Und ein Eis. Haben wir noch Eis? Da haben wir noch Eis. Nein, los. Ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Wir sind Ursula's neue Groove. Und wir machen was wir können. Okay. Ich würde sagen, vielleicht können wir hier durchgehen, wenn uns der uns angreift. Cool. Wir greifen sich mal an. Dann gehen wir einfach durch, wenn uns der uns angreift. Sehr schön. Wir kommen die anderen ab. Und in der uns nach oben geht's. Ich gehe mal an. Ich gehe mal an. Ich gehe mal an. Und was das? Ich gehe mal an. Ja, ich kann es nicht mehr sehen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh, man ist ganz schön weggespart jetzt. Ein Gasthaus wäre jetzt echt nicht schlecht. Und da hinten sieht's doch... Oh! Also ab und zu halten die 32er Gegner richtig viel, außer uns gibt's wieder 32er Gegner, die fast gar nichts aushalten. Das ist komisch. So. Okay, wir sind da. Haha, das nimmt mich zurück. Was zur Hölle? Du würdest mich nicht aufhören, das zu tun. Nimm es nicht, bis du es probierst. Das ist, wie wir alle lernen, zu schwimmen in den Klauen. Was? Du meinst, dass du das auch gemacht hast? Ja, natürlich. Es kam in sehr handig, als ich ein Salvager geworden bin. Ich kann es nicht aufhören. Es ist nicht wie Wasser. Es fühlen wie die Flüge sind rund um dich. Hm. Und du möchtest auch die Hölle? Du wirst es wirklich schnell. Hey, du willst es gehen? Nein. Was? Hey, nein! Du gehst weg von mir! Du gehst nicht aufhören! Stopp das! Rex! Du gehst nicht aufhören! Alles klar, alles klar. Wahrscheinlich. Wann werden wir uns aufhören? Jäger, ey? Dann kann er irgendwie mal runterspringen, denn hier. Ja. Nichts. Ich bin jäger. Ich bin jäger. Wann ist das? Ich bin jäger. Wann ist das? Es ist das, was ich jetzt. Ich bin jäger. Ich werde es schnell enden können. Endlich, wir werden können für unsere Fortschritte bequen. Die Garmut-Sruggle nimmt ihren Weg. Sir. Und es gibt keine Sicherheit, ich glaube. Die Explosion, drei Monate vorhin, war der größte Unfall. Oder haben Sie vergessen? Wir haben eine Sedative Drip durch die Titanen flüge seitdem. Keine Probleme. Wir haben auch noch ein Stil des Backendings-Composites gefeiert. Das sollte auch ein Stil des Feuers behaupten. Selbst wenn es nicht geblieben ist, wenn es nicht in den Stil des Feuers geht. Eine Pericke, ich würde sagen. Nun, die Crew haben die Pots von Escapes. Die Pots von Escapes? Du bist sicher, dass du nicht die Coffins bedeutet? Ich meine... Hm. I'm sorry, sir. Then what exactly do you? It's said that flesh eaters were created in the quest for ever stronger blades. But is that really true? What I see in them is the shadow of a people scrabbling to prolong their existence. I look at them and see ourselves. That is what I despise. I will leave for Indol shortly. Much remains to be done. I've got news, but will you hear it? I hope things went well. Okay, Leute. Ich will sagen, wir machen jetzt den Cut, weil ich glaube, dass die nächste Folge ein bisschen länger werden könnte. Rein von der Story her. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020